Ach, kann ich nie ein Stündchen ruhig dir am Busen hängen und Brust an Brust und Seele in Seele drängen. Ach, wenn ich nur alleine schlief. Ich ließ dir gern heute Nacht den Riegel offen. Also Gretchen saß in ihrem Zimmer und schaut aus dem Fenster. Eigentlich war sie am Spinnen, aber sie konnte sich überhaupt nicht mehr konzentrieren, weil sie so eine Zerrissenheit in sich gespürt hat. Auf der einen Seite war sie so verliebt und hatte diese Schmetterlinge im Bauch und hat sich gefreut. Und auf der anderen Seite hatte sie vor irgendetwas totale Angst und da war irgendwie sowas Dunkles, was einfach nicht gestimmt hat. Und das hat sie total traurig gemacht, weil sie wollte sich doch einfach darüber freuen, dass sie so verliebt war. 2. 7. 19. 15. Vielen Dank.